Boah, heute gab es mal wieder richtig viele Schnäppchen. Was ist denn das? Kleiderbörse? Ah, interessiert mich nicht. Da ist ja diese Kleiderbörse. Oh, jetzt muss ich noch meine Sachen einräumen. Oh, scheiße, ich habe ja gar keinen Platz mehr. Ich glaube, ich sortiere aus und gehe doch mal zu dieser Kleiderbörse. Endlich habe ich wieder Platz und es ist schön gemütlich.